Die Ukraine setzt ihre Offensive gegen das russische Militär in der südlichen Region Kersson fort. Dort seien 43 russische Soldaten getötet und sechs Panzer sowie andere Ausrüstung zerstört worden, teilte das ukrainische Militär mit. In Erwartung eines ukrainischen Angriffs hatte die russische Besatzungsverwaltung eine Evakuierung der besetzten Region Kersson angeordnet. In der Ostukraine sollen die russischen Streitkräfte ihre Hauptangriffe auf die Städte Bachmut und Avdiivka konzentriert haben. Nach Angaben des ukrainischen Militärs haben die russischen Streitkräfte mindestens zehn Städte in der Region mit Panzern und Artillerie beschossen. Der russische Präsident Wladimir Putin verhängte am Mittwoch das Kriegsrecht über die von seinen Truppen besetzten ukrainischen Gebiete. Zelensky warnte die Ukrainer in den besetzten Gebieten vor Versuchen Russlands, sie zum Militärdienst einzuziehen, und riet ihnen, das Gebiet zu verlassen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017